Hallo, 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 werdet ihr jetzt mit Check the Widget, willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich zum weiteren Part, sind wir da, passt alles, jawoll, hallöchen, so, wir starten mit Zerba 22, Zerba W3 und Zerba 5 sind noch jeweils am Start hier, ich hoffe, dass das alles so wird okay und ich hoffe, wir gönnen uns das Ganze leicht angeschlagen hier, deswegen dick eingepackt wie so ein Winterbär, oh, mir ist arschkalt, meine Fresse, Alter, ich werde krank, ich werde krank und das kurz vor 2000. 2016 tatsächlich, Alter, das wird jetzt so oft vorkommen, dass man sich verschreibt und immer 2015 schreibt und sagt, oh, fuck, es ist ja schon 16, hei, 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 Leute, das wird sehr, 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 sehr oft vorkommen, kleinen Moment, ich muss mal kurz hier was kurz einstellen, ich hab da was vergessen, ich hab da was vergessen, aber der Lars bügelt seine Fehler wieder aus und setzt erstmal die Sonnenbrille auf, hm, ah, hm, Sonnenbrille ist weg, wunderbar, und, äh, wir sind wieder am Start, alles klar, so, Hallöchen, so, also, wie sieht's denn aus, ist Server Nummer 22, da sind wir gerade am Start hier, ich seh richtig, ich seh richtig dick aus, so, ne, mit diesem ganzen Zeug, halt, ich seh wie aus, wie so ein Hip-Hop-Gangster, läuft bei mir, seh ich gut aus, keine Ahnung, es sieht komisch aus, ne, mit dieser Mütze oben drauf, es sieht total komisch aus, scheißegal, passt schon, wir sind wieder am Start, Server 22, alles für den Hals, alles für den Club, oder für den Dackel. Server 22, wie gesagt, wir haben gerade eben kurz, äh, angeschaut, die Verteidigung haben wir gerade gewonnen, natürlich haben wir gewonnen, immer von daher passt es, wir schauen kurz im Waffenzauberladen, leider ist das Ganze jetzt vorbei, das Tolle, das Vielfach-Event ist im Arsch gewichst, beziehungsweise ist vorbei, im Arsch gewichst nicht, sondern ist einfach vorbei, deswegen, äh, müssen wir jetzt leider wieder normal spielen, und ich hoffe, zu Silvester gibt's da irgendwas Tolles noch, Neujahr, ich denke mal, Pilz-Aktion, aber wohl mehr nicht. Ähm, ebenso habt ihr geschrieben in den Kommentaren, von wegen, ist ziemlich cool, dass neuer Content da ist, ihr findet das auch ziemlich cool, dass ich wieder aktiv am Start bin, hier bei Shakespeare, ich natürlich auch, und ich hoffe doch mal, dass ihr fleißig weiterhin die wunderbaren Part schaut, alle zwei Tage bislang, ich hoffe, ich hab länger so, äh, Bock auf dieses Spiel, dass ich hier länger was bringen kann. Hab heute noch gar nichts, glaube ich, hier ausgebaut, genau, deswegen können wir eigentlich hier wieder ausbauen, ganz, ganz wichtig, immer schön die, äh, Steinbrüche, beziehungsweise die Holzfäller, Holzfällerhütte, bis ganz nach oben pushen, weil dann ist alles natürlich, beziehungsweise ist alles schnell nach oben, er bekommt mehr Ressourcen, kann schneller ausbauen und so weiter und so fort, deswegen baue ich immer erst die Steinbrüche, beziehungsweise den Schwermbruch, Steinbruch, so, den Steinbruch, den deutschen Steinbruch, und ich baue noch die Holzfällerhütte als erstes aus, so schnell wie möglich immer, wenn ich update, so. So, sonst, tränkemäßig haben wir hier alles, was passt, ich hab gerade was ins Klo geschwitzt, habt ihr gesehen, das Glücksepik und den Dungeon, wie schon erwähnt, ist ja der nächste am Start hier, dieser hier, und ihr meintet, das ist immer was von Game of Thrones am Start, im Hintergrund ist ja auch der, der Thron aufgebaut, von daher passt es auf jeden Fall. Ich hab halt erst die erste Staffel gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht so viel sagen über Game of Thrones, auf jeden Fall gibt's da scheinbar Charaktere, die da drin sind, und deswegen ganz geil. Ich werd's mir irgendwann nochmal die zweite Staffel anschauen, die hab ich auch auf Blu-Ray, und dann mal weitergucken. Also, erste Staffel war ganz geil, bloß ich hab ne Pause eingelegt, weil ich immer die Zeit nicht habe, immer so ganz viele Staffeln zu schauen, beziehungsweise so viele Serien. Alu läuft noch, ich will gerade wieder 300 Alu zocken, das passt auf jeden Fall, das heißt, hier muss ich noch ein bisschen was spielen, aber ich werd erstmal kurz skillen gehen. Wir skillen die Scheiße weg, und zwar skillen wir uns selber, und zwar hier rein, so viel wie geht, wunderbar, Nebenattribute 1, 2, und Tschüss. Arena Kampf kurz gewinnen gegen, scheißegal, hier der hässlige, der herr ist hässlige, krebskranke Assi, nein, Krebs ist eine schlimme Krankheit, darüber macht man keine Wichse, äh, keine Wichse, Alter. Äh, keine Witze, Entschuldigung. Es kam jetzt wieder lustig rüber, äh, nein, ich, ich habe nichts gegen diese, äh, beziehungsweise, ähm, ich will nichts Schlimmes gegen diese Krankheit sagen, von daher, äh, wisst ihr wahrscheinlich, ne? Also, alles nur Spaß, was ich hier sage, ich will niemanden diskriminieren, nur Schwarze, nein, auch nicht, ich will niemanden diskriminieren und nichts Böses sagen, es ist alles nur Spaß, es ist alles nur, nur, äh, Comedy, nennen wir es mal, und, ja, passt, ich setze die Mütze jetzt ab, setze das Ding jetzt ab, das sieht total komisch aus, mit diesen hinten da drauf, oder? So ist besser, wunderbar, jetzt höre ich auch mal was, ich höre was, hallo, ich habe keine Kopfhörer auf, mit, ich spiele nämlich gerade mit, mit Boxen, deswegen, okay. Ich bin heute leicht verplant, das merkt man vielleicht, deswegen, sorry, dass ich so viel durcheinander labere, aber jetzt sind wir wieder am Start, meine Ohren sind voll rot. Okay, Mütze kommt wieder auf. Ohren sind rot, ich bin halt mehr im, im Modus, wie sehe ich aus, anstatt, was geht hier ab. So, Ausgleich durch, dann können wir hier weiter zocken, das passt, der alte Wandschrank, der kalte alte Wandschrank, äh, natürlich mit einer Brücke da drin, ab in den Dungeon. Und ja, es gibt noch anderes wie Glücksepics hier, und die werden wir jetzt kurz eben gönnen, der Pimp, instant weggelümmelt, und hier gibt's ein 3er-Stat-Epic, das gefällt mir natürlich, wie immer, sehr, sehr nass. Geile Scheiße, richtig geil, ich glaube, das Epics wieder für die Tonne, 520 ist schon mal okay, ja, okay, das ist geschickt, was hat denn mein Kundi da am Start, dass der Kundi ist, ich denke mal etwas Besseres, 520, oh, oh, ja, 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 498, 520, so langsam aber sicher sind die Epics ja ganz schnuckelig, das gefällt dem Lars. Das gefällt ihm sogar sehr, der weiße Gorilla, weggelümmelt, ein weißer Gorilla ist einfach für mich tot, der tot, nehmen wir die, glaube ich, für 10, ja, die lange passt, so, das haben wir dann soweit auch, hier, äh, hab ich ja, ich hab noch ganz erst 30% Maut, ich klicke das jetzt weg und hole mir jetzt ein großes, warum, weil ich's kann, einfach, weil ich's kann upgraden, gibt's da eigentlich einen Bonus, wenn ich upgrade, keine Ahnung, so, Waffenladenzauern hatten wir ja schon, wir haben jetzt im Dungeon den ersten weggewiegst, obwohl wir jetzt den nächsten Kill, was wir ja zu 100% schaffen, weil wir über sick und über nice sind, Oh, der sieht cool aus, ist das Problem leider, dass sie wieder voll sind, vom Inventar her, aber er könnte wieder ein brauchbares, schönes Epic droppen, er droppt ein brauchbares, schönes Epic, 532, das könnte besser sein, 500, ne, ich hab 400, obwohl 3er Stats, 532, 400, na klar ist das besser, Nice, nice Oh, ein Sockel. Sehr geil. Alter, wie wir hier durchgehen, ne? Zählt das aus für den Dungeon-Etagen? Moment, Dungeon-Etagen. Dungeon, 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 Dungeon. 154 Dungeon-Etagen und 91 Turmetagen. Richtig geil. Jetzt kann ich nicht im Turm weitermachen. Blöd. Egal. Gehen wir in die Festung, beziehungsweise in den Dungeon und werde hier nochmal kurz mein Dämonen-Singleplayer-Portal machen. Wie ihr seht, wir drücken ihn wieder runter. Sehr, sehr geile Schlagsahne. Mit einem Dorsch oben drauf. Richtig geiler Dorsch. Gildenmäßig auch okay. Wir betreten noch das Dämonen-Portal. Auch ein paar Prozent. Oh, wir haben das Dämonen-Portal geschafft. Sehr geil. Wie viel haben wir jetzt hier in der Gilde? Bist du jetzt auf, äh, ja, in der Gilde allgemein? In der Gilde haben wir jetzt. Wo steht denn das? Unter Geschick. Nein, unter Schaden. 29% Bonus. Richtig geil. Das gefällt mir. Das ist sehr, sehr geil. Schön. Sehr schön. Alles klar? Sind wir gut hier unterwegs. Auf Server 22 läuft es. Seitdem ich die Gilde gewechselt habe, läuft es hier richtig. Ich sag nur eins. Geil. Es läuft. Definitiv. Server W3. Das gleiche Spiel in grün. Hier bin ich auch gerade dabei. 300 wunderbare Alus zu spielen. Haben leider, äh, verloren. Das heißt, ich hab noch ein bisschen was zu zocken, wie man sieht. Die Hälfte haben wir ungefähr durch. Das passt. Waffen-Sauberlatten hab ich bislang noch nicht geguckt. Deswegen glauben wir, äh, dies großer Trank auf W3. Hab noch einiges fürs Klöchen-Pubüchen. Hab gerade wieder was auf Server 22 vergessen. Was ich immer vergesse. Und zwar am Rad zu drehen. Kann ich nicht, ne? Weil mein Rucksack voll ist. Ach, scheiße. Ich kann's nicht, weil mein Rucksack voll ist. Oh, hör auf dich zu drehen. Hör auf dich zu drehen. Geh weg. Dankeschön. Alles klar. Geh wieder zurück auf W3 und werden erst am Rad drehen. Bevor wir es einfach nicht mehr können. Weil ich drehe gerne am Rad, beziehungsweise am Teller. Denn ich bin verrückt. Wie man mich, auch wenn man mich anguckt mit der Mütze. Doppelmütze bin ich hundertprozentig verrückt. Festung. Oh, wir haben wieder einen Edelstein bekommen. Wir haben wieder einen Edelstein bekommen. Und es war wieder ein Stärke-Edelstein. Was toll ist mit der ganzen Stärke-Scheiße? Sieht aus wie ein Kackkrieger. Weg. Müll. Rotze, Kacke, alles blöd. Erstmal aufs Klöchen. Popöchen. 117. Rein damit. Aura füllt sich so langsam. Können wir dann morgen wohl spülen? So, Festung. Das heißt, hier kann ich noch Erfahrung mit mir gönnen. Und als nächstes kann ich noch nichts ausbauen. Aber ich kann wieder Edelsteinsuche machen. Wieso? Weil ich es halt eben kann. Soweit. Die Festung sieht schon gut aus. Aber geht noch mehr. Da geht immer mehr. Ich brauche heute die nächste Festungsstufe. Zu wenig Gold-Ressourcen. Ich muss da so lange noch Ressourcen sammeln, damit ich das ausbauen kann. Okay. Machen wir beim nächsten Mal. Dann bauen wir die Festung aus auf W3. Dann ist alles sehr, sehr geil. So. Als nächstes werden wir dann skillen gehen. Und zwar skillen wir... Hab ich Waffenzauberlein gecheckt? Natürlich. Haben wir. Was ist hier hinter? Ein Epic. Nein. Hm. Nur ein BH. Aber ein BH der epischen Superkräfte. Und ein BH der epischen Superkräfte ist bestimmt supergeil. Skillen wir rein. Wir müssen rein skillen, wenn das passt. So, 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 bisschen Gold. Leider kein Gold-Event mehr, was mich sehr, sehr traurig macht. Denn Gold-Event hat man sehr, sehr stark gemerkt. Habe ich schon gesagt. Habe ich heute schon gesagt in dem Part sehr. Ich hoffe nicht. Als nächstes gehen wir dann in den Dungeon und werden hier Demone-Portal. Ein Singleplayer-Demone-Portal. Haben ihn leider wieder nicht. Ähm. Ja. 96%. Er hat sich wieder um 10. Das heißt, er hat morgen 106%. Nein. Er geht nur auf 100%. Bisschen blöd. Also zur Zeit ist es Zeitverschwendung, hier im Demone-Portal was zu reißen, da wir einfach zu scheiße sind. Ja. Einfach zu scheiße. In der Gilde sieht es im Demone-Portal fast gleich aus. Wir ziehen wohl ein bisschen was ab. Aber es reicht meistens nicht für 10%. Deswegen. Entschuldigung. Musste kurz gehen. Deswegen reicht das meistens nicht. Was ich auch ein bisschen schade finde. Aber im Dungeon. Im Dungeon können wir jetzt weiter loslegen. Ich habe ein paar Slots frei. Im Inventar habe ich ein bisschen geskillt. Und als nächstes war, glaube ich, nicht der Geist dran. Der Geist, beziehungsweise die Banshee. Die junge Dame hier. Die gleich begleitete junge Dame hier. Wo man die, wo die Titten schon aus dem, aus dem Ding da rausfällt. Übrigens, warum hat ein, hat eine Banshee so dicke in Ömmel? Ohne Scheiß. Was ist die denn? 190, die alte Kollegin hier. Und der war, glaube ich, 180. Das heißt, 180 kann man eigentlich, kann man, kann man machen. Darf man das? Darf man. Man, man kann's. Und bekommt ein Epic. Und bitte kein Glücksepik. Dankeschön. 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 133 und ein weiteres Epic in der Tasche. Oh, ist das ein gutes Epic. Oh. Doppel nice. Dreifach nice. Oh, was ist das für ein geiles Epic. Oh, 146. 166. Richtig geil. Mit dem gerallten R von Ardolf. Nein. Richtig geil. Das ist, das ist cool. Das gefällt mir. Das ist Schlagsahne mit einer Kiesche oben drauf. Die richtige Schlagsahne ohne G. Ja, cool. Können wir uns schon wieder nicht weitermachen. Im Dungeon, weil wir schon wieder voll sind. Ich will halt so viel behalten fürs Klo. War schon was im Klo, das? Tschüss. Und ich will eigentlich auch die Items behalten für unsere Begleiter. Na toll. Jetzt können wir die Banshee versuchen. Banshee? Hast du wohl dicke Ömmel, aber 190. Was ist jetzt? Äh, 100. 85. Doch, erst er. Doch, erst er. Und erinnert mich immer an den Film Mars Attack. Und zwar diese kleinen Mars-Männchen. Kennt ihr den Film? Erinnert mich immer daran. Vielleicht ist er sogar davon, davon gemacht oder so. Keine Ahnung. Wieder kurz reingegangen. Entschuldigen Sie bitte. Das wird, glaube ich, öfters passieren. Und ich sehe echt, ich, 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 ich bin übrigens nicht bekifft. Ich nehme keine Drogen. Ich bin einfach nur fertig mit der Welt. Das passiert, wenn man montags arbeiten muss, nachdem, äh, Weihnachten war. Ich schaffe ihn halt nicht. Ich habe noch 88 Pilze. Ich schaffe ihn nicht. Ich will nicht so viele Pilze verschwenden. Mach ich trotzdem. Komm, einer noch. Einer, einer noch. Einer noch. Ich gehe auf 80 Pilze. Komm, komm. Lass mich doch mal anfangen. Ja? Shit. Ja? Shit. Kritt. Oh, Kritt, doch mal rein, Junge. Was ist denn los mit dir? Wo ist dein Kritt? Na, das schaffen wir nicht. Will er nicht. Hat kein Bock. Lassen wir uns stehen. Bis beim nächsten Mal. Okay. Dann, äh, können wir gar nicht weitermachen hier auf Server Nr. W3. Denn war, das war es nämlich schon. Auf S5. Alu durch. Müsste die letzte Alu jetzt gewesen sein hier. Äh, Moment. Äh, verloren. Eiskalt. Ich glaube, ich bin durch mit der Alu. Kurz abchecken. Nun, da habe ich noch ein bisschen was. Das heißt, ich kann auch immer reinballern, wie ich Bock habe. Ich habe auch sogar einen Pilz investiert. Genau das war es. War ein Fehler. Ich habe mich verklickt, deswegen habe ich noch ein bisschen Alu offen. Das war der Fehler, weil ich mir gedacht habe, weil ich wusste, ich habe noch ein bisschen Alu offen. Okay. Das heißt, das passt soweit alles. Oh gut, ich breche das mal ab hier. Wir haben den letzten Key bekommen, deswegen können wir wieder aufschließen, wenn wir Bock haben. Haben wir aufgemacht. Wunderbar. Waffenzauberlagen, kurz abchecken, ob wir irgendwas brauchbares finden. Oh, 31 Intelligenz, das ist ein feines Update, aber vielleicht eine Waffe? Ne. Ich habe leider keine Pilze. Den Glückstrang habe ich mir schon mal gekauft. Das ist neu, das können wir benutzen. Das war 36 und das war 27, aber das war geschickt, genau. Das kam weg. Das kam weg. Das kam weg. Den Glückstrang werde ich mir aufbewahren, auf Nummer sicher gehen, weil bei dem Lucky Server kann man nur andere Tränke benutzen, wenn man einen Glückstrang drin hat. Leider nur. So, Entschuldigung. Husten, Räuspern, alles gerade am Start. Wie gesagt, leicht kränklich. Entschuldigen Sie bitte. Ich hoffe, das ist annehmbar, beziehungsweise aushaltbar. Auch mit dieser Mütze. Sonst. So. S5, ne? Der krasse Lucky Server. Lucky Last ist am Start. Dann gucken wir mal auf unseren Charakter und werden skillen. Weil mehr geht ja gerade nicht. Fühle ich immer schön. Das Hauptattribut, was unser, beziehungsweise der Basiswert muss am höchsten sein, immer vom Glück. Den Rest dürfen wir nicht rein. Skill 2, 7, 30, 2, 1, 40. Passt. In der Post blinkt es fleißig. Ihr müsst mich auch nicht hier anschreiben, sondern über das erste Video könnt ihr euch bewerben, wo ihr die Namen reinschreiben müsst. Also darüber laufen lassen, bitte. So, wir schauen kurz auf den Gegner. Ich glaube, der ist das Nächste dran. Ich weiß es aber nicht. Komm. Haben einen Versuch. Lucky Last. Los geht's. Mit Lucky Last rasieren wir gegen den Strich. Den Fleischkollem will wir verlieren. Fuck my life. Oh Gott, das ist ja eine Schande, gegen ihn zu verlieren. Aber er ist Stufe 40 schon. Ich glaube, der andere war nicht so hoch. Fleischkollem 40. Welches Level ist denn, um Gottes Willen, der grässlige Kremlin? Könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben. Es war bestimmt ein Fehler. Oder als nächstes hier in den Ruinen von Gnark. Die Kanalrate, die könnte auch sehr lau sein. Ich habe aber leider keine Pilze. Wir können ja nochmal am Rad drehen. Habe ich das auf Server W3 gemacht? Glaube ich nicht. Erstmal am Rad drehen. Vielleicht bekommen wir Pilze. Komm, Pilze, 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 Pilze. Es war so knapp. Da waren fast die Pilze. Oh Gott, wieso immer so knapp? Oh Mann, das ärgert mich schon wieder. Schade. Schade. Fässling wurde ausgebaut. Bringt mir auch nicht ganz so viel. Ich kann nicht weitermachen, weil... Ich habe zu wenig Ressorts, ich brauche Gold dafür. Werden noch alle spielen. Vielleicht finde ich noch Pilze. Kann ja sein, dass ich noch einen Pilz finde. Und dann kann man hier noch was reißen. Und sonst... Können wir gleich weitermachen. Ich werde den Part jetzt auch nicht allzu lange drücken, weil mein Hals sagt schon wieder, Lars, hör auf. Es ist alles vorbei. Ich bin eigentlich... RIP. Und ich hoffe, in den nächsten zwei Tagen werde ich mich so erholen, dass ich wieder am Start bin und wieder vernünftig aufnehmen kann, ohne dass mein Hals ganz Zeit rau ist und... Ich habe keinen Schwanz gelutscht. Nein. Weil ich laberten will und dass ich wieder ein bisschen krasser am Start bin. Ich kann ja nicht pennen einfach. Es ist 19 Uhr, ich gehe gleich schlafen. Nur so als Tipp, schlafen ist immer gut, wenn man gesund werden möchte. Immer viel schlafen, dann wird man gesund. Also schlafen hilft. Definitiv. Wer hat euch gefallen, hat trotzdem das Like da. Also bitte das Ganze hier entschuldigen, dass ich etwas kränklich bin und seid ein Haufen Supernasser-Boys. Bei 100 Likes gibt es den nächsten Part. Zwinker, zwinker. Haufen Supernasser-Boys. Bis zum nächsten Mal. Reingauen und... Nass. Tschüssi.